...versonders ausgerüstet mit einer Frontiermaschine und einem Salzlaufen-Sprüaufbau der Firma Reinex. Die Trägerfahrzeuge selbst haben, wie gesagt, mit verschiedenen Anbauungsreifen der Winterwiesen ausgerüstet werden. Durch die Knicklenkung, die Sie sehen können, ist besonders wendig. Und ich denke, dass die Salzlaufen-Sprüheilung braucht eine besonders interessante Alternative für den Winterwiesen. Die Trägerfahrzeuge sind besonders ausgerüstet mit einer Frontiermaschine und einem Salzlaufen-Sprüaufbau der Firma Reinex. Die Trägerfahrzeuge selbst haben, wie gesagt, mit verschiedenen Anbauungsreifen der Winterwiesen ausgerüstet werden. Durch die Knicklenkung, die Sie sehen können, ist besonders wendig. Und ich denke, dass die Salzlaufen-Sprüheilung braucht eine besonders interessante Alternative für den Winterwiesen. Die Trägerfahrzeuge sind überall dort.